Oh, da hatten wir ja einen drin. Schade. Dit is kacke, würde ich mal sagen. Huch. Äh, hallo? Jetzt übertreibt man nicht, Leute. Alter, was? Wir haben schon wieder einen drin. So kann's enden. Kacke. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brainbow. Ja, ich nehme hier noch gerade, äh, direkt nach der dritten Folge oder welche das war, auf. Und, äh, oh, eine neue Map. Sehr interessant. Ein Moment, zack. Oh, shit, oh, shit, da hat er's geschafft. Also, am Anfang bin ich jetzt nicht der Allerbeste und ich bin in meinem Lieblingsteam in Team Grün. Ja, wie gesagt, nehme ich gerade noch am Stück hier auf. Hab gerade die eigentliche Folge 4 aufgenommen, aber da Fraps irgendwie Probleme gemacht hat, hat er sich auch schon mal gedacht. Und, nö, die Folge nehme ich nicht auf. Ja. Und da hat es nur Audio-Material und das war ziemlich scheiße. Daher nehme ich jetzt noch eine Folge auf, da ich zwei Folgen Brainbow und zwei Folgen Kindergames vorproduziere. Alter, das geht ja heiß zur Sache hier. Ist ja auch eine relativ kleine Map. Und, ja, daher wird er mich noch etwas erkrankt. Hör was? Team Gelb ist schon raus? Was? Wie, das, das ging jetzt, das, das ging jetzt viel zu schnell, hä? Die haben das denn geschafft? Alter, was? Was? Das ist jetzt krass. Was zogst du da? Alter, was? Team Gelb ist schon raus? So schnell? Wir spielen ja erst mal ein paar Minuten und ich hab nicht mal einen reingesammelt. Oh, da hat er mich fast abgeschossen. Es hat gerade auch ein wenig gelagged. Nee. So nicht, Kollege. So nicht. Alter. Schade, hab ich nicht reinbekommen. Naja, ist gar nicht so schlimm. So, äh. Alter, das kann ich immer noch nicht fassen, dass Gelb schon raus ist. Was, Alter? Das ist, da finde ich keine Worte für. Oh, das ist jetzt schwierig. Alter, was? Oh, der ist ja mal voll daneben gelandet. Der ist ja mal ganz am Ziel vorbei. Ah, guck mal einer an. Okay, mach du das. Sauber, hast du gut gemacht. Okay, mal gucken, ob ich hier noch ein bisschen was ausrichten kann. Ähm, ich wär ja ganz verbunden. Damit. So, nochmal schauen. Lass mal gucken. Ja, zack, zack, zack. Ah, 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 okay, okay. Ist ja ganz gut schon hier soweit. Zack, zack, zack. Sorry, Leute, aber ich habe ein wenig Probleme damit. Wie ich bereits schon gesagt habe. Äh, ja, hier zu erzählen. Weil hier so Sachen passieren. Die sind ein bisschen stressig. Und. Ah, kacke. Mist. Schade. Aber vielleicht wird er. Mein Number One. Und. Natürlich nicht. Ja, bei der Map ist es ein bisschen schwierig, die von der Seite rein. Rein zu schießen. Ich weiß gar nicht genau, warum. Und die Blätter behindern halt auch ein bisschen. Danke, dass du mich gepusht hast. Und der war leider daneben. Schade. So, Team Grün führt gerade. Das finde ich gut. Ja, und die Runde, die ich gerade leider dank Frap aufgenommen habe, war auch verloren. Alter, das ist ja irgendwie schwierig, die von der Seite reinzukriegen. Alter. Das ist ein Problem. Und der war ja aus meinem Team. So, Rundplex hat Team Blau getroffen. Finde ich gut. Jetzt ist nur die Frage, wie sie sich immer stellt. Alter. Das war jetzt hart. Da hat der Rote richtig einen rausgehauen. Zweimal hintereinander bei Blau. Ach, du Scheiße. Das tut mir jetzt irgendwie leid. Das ist auch nicht sonderlich gut für uns, denn die kommen langsam an unsere Herzen ran. Ach, guck mal. Da haben wir da was. Okay, der ist drin. Also irgendwie habe ich das Gefühl, man muss immer straight rein. Also bei der Map. Komisch. Komisch, 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 komisch. Naja, okay. Es tut mir echt ein bisschen leid, dass ich so eine verkackte Stimme habe. Alter. Ach ja, eben mal anders hinsetzen. Und dann geht das auch schon weiter hier. Hör mal, das ist ja ja, ne? Premium. Oh, da hatten wir ja einen drin. Schade. Dit is kacke. Würde ich mal sagen. Huch. Äh, hallo. Hallo? Jetzt übertreibt man nicht, Leute. Alter, was? Wir haben schon wieder einen drin. So kann es enden. Kacke. Aus irgendwelchen Gründen finde ich auch nichts hier. Nichts, 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 nichts. Nada. Ach, guck mal hier. Ich laufe einfach immer in die falsche Richtung. Der ist drin. So, und? Ja, sauber. Naja, kannst du mich ruhig töten. Finde ich gar nicht so schlimm. Shit, haben wir auch einen drin. So, Team Blau und Team Rot. Ich würde jetzt lieber auf Team Rot gehen. Und Team Blau dürfen sich... Alter, warum verfolgst du mich so irre? Oh, Alter, von beiden Seiten. Äh, ja. Ne, da hat mich gerade irgendwie einer verfolgt. Der hat mich die ganze Zeit abgeschossen. Zwei Mal mit einer Enderperre hinter mir her. Das war schon. ein bisschen... ein bisschen... komisch. Okay. Ach ja, ja, Team Rot. Alter, Team Rot führt. Deswegen wollte ich auf Team Rot. Okay, das war gut. Jetzt sind wir im Gleichstand. Hier. So, jetzt bin ich mal gespannt. Aber ich habe das Gefühl, ich laufe ganz hinten in die falsche Richtung. Und finde einfach keine roten Felder. Hier hat man halt irgendwie keine, äh, hohen Punkte, wo man sich orientieren kann, wo die Dinger halt sind. Ja, wohl doch. Hier geht eigentlich. Aber trotzdem sehe ich nichts. Ah, doch. Ich habe etwas eher spät. Aber die sind schneller da als ich, denke ich mal. Höp, nein, es hat gelaggt. Mist. Der hätte vielleicht doch bei Rot reingehen sollen. Auch wenn das schon eine Distanz war. Ah, ja. Okay, gut. Der ist drin. Ich habe euch nicht getroffen, Blau. Das ist doch... Das ist doch selbstverständlich gewesen. Ja, Leute. Sorry, Leute. Wieder ein bisschen Scheiße am Labern. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Oh, da hat man einen drin. Scheiße. Ah, okay. Töte mich, töte mich, töte mich. Gut. Hast du gut gemacht. Ja, okay. Team Rot ist immer noch gleich auf mit uns. Daher werde ich mich weiter noch auf die konzentrieren. Aua. Wenn ich denn mal hier ein Feld finden würde. Ich glaube, ich bin ex... Tremna haben die, Alter. Jetzt wird es aber knapp hier. Jetzt wird es aber knapp. Okay, da hinten. Ah, okay. Die sind schneller. Der nette, blaue Kollege da hinten. Schade. Da rennt er schon zum nächsten. Nee, so nicht, Kollege. So nicht. Komm, mach das, grüner Kollege. Grüner Kollege, mach das. Oh, verdammt. Jetzt mischen sich auch noch die Roten da ein. Oh, nein. Jetzt ist... Hey, der ist irgendwie voll komisch. Der driftet da voll von der... Hä, das... Ich... Ich verstehe das nicht. Nein. Out. Alter, der ist nur drin. Oh, ich weiß nicht, warum die so lange gebraucht haben, um mich nicht zu kriegen. Oh, das werde ich niemals schaffen. Alter, was? Ich habe es geschafft. Geil. Aber jetzt wird es ziemlich knapp für uns. Die werden sich jetzt nämlich auf uns konzentrieren. Joa. Das ist schlecht. Sauber. Den haben wir bei Rot drin. Jetzt ist wieder so ein Seitenschuss. Der irgendwie nie reinge... Alter, was war das denn? Wupp, wupp. Der ist da hinten gelandet. Alter. Komisch. Ich verstehe das nicht. Aber naja. Naja, okay. Ist gar nicht so schlimm. Okay, mach den, mach den, mach den. Sauber. Ah, ne, schade. Egal. Wir finden da noch was. Sicherlich. Nein. Verdammt. Jetzt haben wir eins mal bei uns reingesammelt. Shit. Da hinten. Jetzt geht es wieder auf Distanz. Ah, Mist. Ein bisschen höher. Mist, 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 Mist. Jetzt wird es stressig. Kacke. Mist, Mist, Mist. Scheiße. Wir sind ein bisschen im Nachteil. Schade, nicht drin. Nein, ich habe keine Pfeile mehr. Ich muss ihn tönen. Ich schaffe es nicht. Nein. Verdammt. Boah, Mist. Alter, hätte ich jetzt Pfeile gehabt. Das wäre so gut gewesen. So eine Scheiße. Okay. Der ist bei denen drin. Die führen aber trotzdem noch. Außer ich kriege den jetzt. Alter. Die führen ja wieder. Das geht ja hier flot zur Sache. Jetzt ist Gleichstand. Ach, nee, doch nicht. Ach, nee, doch nicht. Ja, guck mal an, Roti. So, jetzt ist aber hier Ende im Gelände. Ja, Leute, GG. Ach, und da, oh. Boah, sagen sie nicht mal GG und Left Knight. Das ist schade. Okay, 42 Punkte bis zum nächsten Rang. Sauber. Funktioniert das? Ah, okay. Ja, Leute, ich will sagen, das war's mit... Hä? Okay. Das war's dann auch mit der Folge. Hoffentlich wurde die jetzt auch mal langsam aufgenommen. Wenn ich Darkly Rage baut. Ja, okay, Leute, hoffentlich sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder und hoffentlich auch wenig, ein wenig gesünder, weil so ist das echt nicht schön für euch, so eine Dreckstimme zu ertragen. Ja, ich will sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.